Heute zu Gast der Schauspieler Robert Schupp. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Wenn ich dich immer im Anzug sehe, dann muss ich immer sofort an den Schuldirektor denken. Tatsächlich? Ja, weil du hast so eine Aura. Natürlich hast du die bei Schloss Einstein über die Jahre auch gekriegt. Treten die Kinder mit Respekt gegenüber? Ja, schon, ja. Doch, doch, auf jeden Fall. Wie ist denn das? Ja, das ist schön. Also das ist so eine ganz besondere Fanbase sozusagen bei den Jugendlichen. Beziehungsweise manche sind ja gar nicht mehr jugendlich. Manche sind ja schon wieder rausgewachsen. Ja, in ihren 30ern oder naja, eher späten 20ern. Ja, so, ne? Schloss Einstein gab es auch so lange. Du warst auch viele, viele Jahre dabei. Ja, aber nicht seit Beginn. Nee, nee. Das gibt es ja schon über 20 Jahre. Ja, ja. Seit, ich glaube, 2006. Ich weiß gar nicht genau, oder sowas. 2008? Als böser Lehrer, ne? 2008 vielleicht? Ich weiß es eher nicht. Ich kann mal bei Wikipedia nachlesen. Ja. Angefangen als böser Lehrer und dann zum Schluss der Schulleiter. Als böser Lehrer und dann irgendwann Schulleiter und dann muss man natürlich als Schulleiter auch so andere Soft-Skills entwickeln und auch mal Verständnis haben. Auch mal nett sein. Genau. Und dann aber auch mal wieder streng. Und ja, und so hat sich die Figur dann irgendwie angepasst, den Bedürfnissen des Drehbuchs, ja. Ist Schloss Einstein denn eine schöne Erinnerung? Du bist ja, wenn überhaupt, nur noch selten da, ne? Ich bin jetzt etwas seltener da, ja, weil viele andere Drehverpflichtungen da sind und das kam sich dann öfter mal ins Gehege. Und man will ja auch mal weiter schauen und andere Dinge machen nach so langer Zeit. Andererseits haben wir eine ganz elegante Lösung gefunden, dass ich dort nochmal befördert werde vom Schulleiter zum Schulrat. Endlich. Und ja, und jetzt noch in speziellen Fällen interveniere. Sehr schön. Und wie ist es dann mal wieder ans Set zu kommen? Ja, sehr schön eben. Das ist eben das Tolle daran, wenn man so lange irgendwo ist, hat man ja dann doch selten in diesem Drehgeschäft. Oft ist man für einen Film oder vielleicht ein paar Folgen von einer Serie zusammen oder auch mal vielleicht für ein paar Jahre. Aber dass man so zehn, über zehn Jahre, das sind tatsächlich noch Leute da, die schon immer da waren, das ist schon so ein bisschen Family und das ist toll. Und du hast doch in dem Rahmen viele Interviews gegeben, also für die Fangemeinschaft auch, ne? Es geht. Na ja, da gibt es so ein 20-minütiges Abschiedsinterview und eure Fragen an Dr. Berger und das ist wirklich ordentlich. Das wurde Abschiedsinterview genannt. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden, weil ich bin ja noch da. Ich bin ja noch der Schulrat. Wer weiß, was sie damit sagen wollten. Für so eine unauffällige Message auch an dich. Ja, ist schon lange her. Also ich mache das noch und ich mache das auch gerne immer noch, weil es irgendwie schon was Besonderes ist. Es ist auch eine besondere Serie. Keine andere Serie hat so viele jugendliche Darsteller. Und ja, es ist mir über die Jahre irgendwie ein Teil von mir geworden schon, muss man sagen. Und der Kinderkanal wiederholt auch immer sehr viel. Ich habe jetzt mal geschaut, aktuell kann man vor allem eine Folge sehen, da geht es. Und du wirst dich garantiert an die Folge erinnern, ich schwöre es dir. Es ging darum, dass deine Figur mit einem Schüler wettet, wer die Zahl Pi deutlich weiter hinter dem Komma benennen kann. Erinnerst du dich grob? Dunkel. Also das Gruselige war halt, oh Gott, Pi hat ja unendlich viele Zahlen dahinter. Ja, ja, stimmt. Und ich habe so gedacht, verdammt, da steht er wirklich im Drehbuch wahrscheinlich bis zu diesem Komma die Zahl. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich erinnere mich eher nicht. Weil es ist tatsächlich so, also das habe ich sonst bei keinem Dreh, aber es ist hier tatsächlich so, dass wir so viel gedreht haben, dass ich manchmal, also bei jedem anderen Dreh sieht man das im Fernsehen mal irgendwie zufällig oder so. Oder man sieht ein Foto und man weiß, ja, ja, das war damals, da war ich in Köln, da hat es geregnet. Oder keine Ahnung, irgendwas war. Jetzt bei Einstein ist es so, ich kann mich manchmal tatsächlich nicht mehr an den Dreh, weil es ist so viel war, dass ich nicht mehr weiß. Das war eben wie so, brrrr, unendlich viele Folgen dabei. Tatsächlich, ja. Viele Kinder, auch viele jugendliche Darsteller. Vor einer Weile hat mir mal einer auf die Schulter getippt in der U-Bahn, drehe ich mich um, steht da so ein Hühner vor mir. Irgendwie ein Kopf größer, mit dem ich jahrelang gespielt habe. Ich habe ihn dann an seinen roten Haaren erkannt. Aber nach und nach erst, ja, tatsächlich. Den habe ich, der war einen Meter kleiner, als ich ihn zuletzt gesehen habe. War es so, ne? Ja, das ist schon schön. Aber dann sind wahrscheinlich die Erinnerungen an Eichwald-MDB ein bisschen deutlicher. Die sind deutlich deutlicher, zumal die Produktionsfirma direkt gegenüber ist von hier. Ach, schön. Die Kundschaft der Filme und, ja. Ich mochte die Serie sehr. Ich fand sie sehr, sehr witzig. Hast du die zweite Staffel auch gesehen? Nein. Nein, die ist ganz anders als die erste nämlich. Sehr empfehlenswert. Ist noch in der Mediathek. ZDF-Mediathek. Und ein echtes Herzensprojekt auch. Aber ich fand die erste Staffel schon überzeugend, dass ZDF hat oder ZDF-Neo hat sich dann ja für eine ganz kurze Pause entschieden von. Waren es vier oder fünf Jahre? Ja, irgendwie sowas. Also im Sender offensichtlich schlagen auch zwei Herzen in der Brust des Senders. Man hat es uns dann irgendwann doch noch machen lassen. Ja, aber irgendwie, es wurde dann auch nicht so ausführlich beworben. Ja, aber es hat eine treue Fangemeinde. Es hat eine sehr treue und sehr eingeschworene Fangemeinde. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch noch wachsen kann. Wir wurden halt auch in der Sommerpause gezeigt. Ich weiß nicht, wie günstig das war. In fünf, sechs Jahren kommt vielleicht schon die nächste Staffel. Ja, das könnte sein. Was hat dich denn damals überhaupt bewogen, Schauspieler zu werden? Gab es einen entscheidenden Moment oder war die Lust darauf schon immer da? Also die war schon immer irgendwie da, schon jung. Das ist lustig, weil ich gehe jetzt nächste Woche in meine alte Schule, in mein Gymnasium. Und da gibt es dann so eine Veranstaltung, wo man dann noch andere Leute eingeht. Der Max Giermann, der war auch bei mir an der Schule. Oh, der war eine gute Schule. Wir waren, also nicht Schauspielschule, auf dem Gymnasium. Und wir sind da eingeladen, weil wir jetzt heute halt sowas mit Fernsehen machen. Und dann habe ich Fotos ausgegraben vom Schultheater früher und so. Also, ja, das war schon immer eigentlich im Hinterkopf, ja, zumindest. Und dann hat sich das irgendwann konkretisiert in meinen Zwanzigern. Und die allererste Rolle, welche war das? Vor der Fernsehkamera? Vor der Kamera, oh Gott. Das war in einem Film von Dominic Graf, glaube ich, eine Szene. In dem Film, ja, auf Corsica. Die Szene wurde jedenfalls rausgeschnitten. Die war nie im Film. Aber du warst auf Corsica. Und ich war im Abspann, ja. Sehr gut. Und du bist auch beim Weißensee dabei gewesen. Genau. Du suchst dir ja richtig die Projekte raus, wo wirklich viel passiert. Und da hast du auch mit wundervollem Dialekt sprechen dürfen. Genau, mit meinem badischen Dialekt. Ich muss fast immer lachen, wenn Leute das so gut machen. Dankeschön. Ja, es freut mich. Also, ich mache das auch wahnsinnig gerne. Ich habe lange Zeit nicht so viel Gelegenheit gehabt, im Dialekt zu spielen. Wenn du Kölner bist, Berliner, kommt das öfter vor. Aber dann kamen irgendwie doch die Projekte. Und der Friedemann, der Fromm, der Regisseur und Autor von Weißensee, der ist ja Schwabe und der Dialektfreund. Jedenfalls, wenn ich bei ihm spiele, dann versucht man oft, den Dialekt einzubauen. Und du hast ja wirklich eine sehr unangenehme Rolle gespielt. Wirklich ein, ich möchte fast sagen, Haifisch. Natürlich, für dich ist klar, die Figur wollte nur das Beste, vor allem für sich. Aber so als Zuschauer, man hat das schon Spaß dabei zu sehen. Ist das eine Rolle? Wer es jetzt nicht gesehen hat, was genau hast du da getan? Das war ein sogenannter West, die Rolle hieß, glaube ich, der West-Berater, ein Unternehmensberater, der die marode Firma da versucht, irgendwie wieder Vordermann zu bringen, beziehungsweise sich die Immobilien unter den Nagel zu reißen. Ja, es hätte zum Besten ausgehen können für alle Beteiligten, aber man war halt doch ein bisschen... Ja, sie wollte einfach nicht verkaufen. Ja, schade. Aber es ist schön, du hast halt genau diesen Menschen gespielt, den man immer kennt. Einfach so denkst du, Wahnsinn, wenn sie das verkauft und wenn sie das und das verkaufen und dann und dann, dann kommt das Geld wie von alleine. Und alle so hoffnungsvoll, gerade zu der Zeit, in der Weißensee eben auch spielt, dort von dieser Figur aufs Glatteis geführt werden. Dann, welche Doppeldeutigkeit packst du da eigentlich ins Spiel dann für dich rein? Oder bist du dann in der Ebene, nee, ich meine das jetzt gut? Oder weißt du schon für dich, nee, der meint das schon nicht gut? Naja, in dem Fall war das ja tatsächlich einer, der am Ende auch kriminelle Absichten hatte. Aber was auch natürlich aus dem Frust über die Beratungsresistenz der anderen Seite vielleicht war. Also ich spiele ja viele Bösewichte. Warum eigentlich? Ja, weil es ist halt auch interessanter. Ja, also es gibt sowieso wenig gute Liebesfilme. Ich habe neulich einen gesehen von Andreas Kleinert, ein ganz tolles Ding mit Ronald Zerfeld und der Osina Ladi. Aber sonst gibt es nicht so viele gute Liebesfilme. Da spielt man die Bösewichte, das sind die differenzierteren Figuren. Und ja, man muss ja jede Figur mögen, um sie zu spielen. Man muss sie irgendwie lieb haben. Man sucht sich diesen einen Punkt, wo man sagt, ja, da ist die Figur irgendwie zu Hause bei sich, fühlt sich wohl. Da geht es sehr gut. Und von da aus entwickelt man die Figur. Und man mag die dann auch, ja, natürlich. Für mich war es damals schwierig, sich irgendwie vorzustellen, das hat ja irgendwann jemand mal erklärt, dass ja jede Figur denkt, dass sie richtig handelt. Ja, ja. Man kann es nur so machen. Also man kann nur die Figur spielen, indem man sie bejaht. Ja, du kannst nicht sagen, die Figur, gut, also ich habe mal so in diesem Film von Sherry Horman, Operation Zucker, da ging es ja um Pädophilenringen. Das war schon heftig zu spielen. Und das war auch so, wo man dachte, okay, jetzt ist es schön, wenn dann der letzte Drehtag dann auch weg ist. Aber eben deswegen, weil man auch da natürlich sich nur identifizieren kann, sich nur wirklich in die Figur gehen kann, wenn man sie in irgendeiner Form an sich heranzieht und bejaht ist. Anders geht es halt nicht. Guckst du selber gerne Fernsehen und Filme? Oder ist das so mittlerweile berufstechnisch eher so, manchmal muss ich? Naja, also manches gucke ich, weil ich wissen will, was die Kollegen so machen und was läuft. Und naja, in manch anderem, da kann man sich, da kann man tiefer einsteigen und sich auch verlieren und als reiner Privater, zum Privaten, über dem Professionell zum Privaten betrachten zurückkehren, weil es einem so reinzieht. Und dann eher deutsch oder international? Es kommt drauf an. Also sehr gut gefallen hat mir Skyline auf Netflix. Das fand ich sehr gut, fand ich gut gemacht, spannend und irgendwie hat mich überzeugt und habe ich gern geguckt. Aber natürlich auch international, klar. Versteht man dir international auf der, sollte man mal gesehen haben, Liste? Ja, also ich bin ein total Fan von Fleabag. Das finde ich ganz toll. Mir ist sehr gut gefallen. Dann diese neue Serie, wo sie jetzt gerade die zweite Staffel machen, Afterlife von Ricky Gervais. Ich gucke gerne lustige Sachen. Ich spiele ja auch am liebsten lustige Sachen eigentlich. Hat dich denn schauspielreich schon immer so gefesselt, dass du gesagt hast, kein anderer Beruf könnte es für mich werden? Oder gab es da noch andere Kandidaten? Ich wollte mal, ich hatte auch mal überlegt, Richtung Filmproduktion zu gehen, das zu studieren und habe dann aber während meiner ersten Praktika beim Film gemerkt, dass ich auf die andere Seite muss. Ich hatte sowieso immer damit geliebäugelt und so und hatte dann so gedacht, naja, weiß ich nicht, ob ich das wohl kann, ob das wohl das für mich ist und so. Und dann habe ich just bei einem Film mit Andreas Kleinert ein Praktikum gemacht. Andreas Kleinert hat viele Tatorte gemacht und tolle Filme fürs Fernsehen und fürs Kino. Und damals habe ich ein Praktikum gemacht, vor 30 Jahren bei ihm. Und die Art, wie er mit den Schauspielern war, da habe ich gedacht, nee, 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 das ist viel geiler, ich muss das machen. Da waren tolle Schauspieler dabei, damals Rosel Zech, die inzwischen verstorben ist, Sylvester Groth, Julia Jäger. Christine Schorn und so weiter und so fort. Und naja, just gestern habe ich jetzt zum ersten Mal als Schauspieler tatsächlich mit Andreas Kleinert gearbeitet für seinen neuen Film über Thomas Brasch. Und da schloss ich dann auch so ein bisschen einen Kreis, das war toll eigentlich, ja. Cool. Und Tatort erfahren bist du ja mittlerweile auch, ne? Ja, ja, doch, da waren auch so ein paar, ja. Du hast, glaube ich, eine wiederkehrende Rolle ja sowieso, aber bist auch hier und da meine Ex-Alle-Rolle. Ich hatte mal so eine wiederkehrende Rolle in dem Dortmunder-Tatort, genau, und bin aber auch mal wieder da und dort. In allen möglichen Zusammenhängen, ja. Jetzt habe ich schon länger, glaube ich, keinen mehr gemacht, aber ja, doch, doch. Für viele Schauspieler ist es natürlich ein Traum, mit dem Tatort mitzuspielen. Du hast diesen Traum gelebt. Gibt es da Unterschiede zu normalen anderen Filmen oder Produktionen? Ist es was Besonderes, weil du weißt ja, der deutsche Zuschauer liebt ja seinen Tatort. Ja, nö, ist für mich kein Unterschied. Also, das Produzieren vom Tatort oder einem anderen Fernsehfilm ist ähnlich und, ja, weiß ich nicht. Kommt vielleicht auch auf den Tatort an. Die Tatorte sind ja auch sehr unterschiedlich in sich, ja, also der Berliner oder der Münzeraner oder was weiß ich. Sie sind ja sehr unterschiedlich alle, klar, aber nö. Was meinst du, warum die Deutschen so sehr ihre Krimis und ihre Artsterien mögen? Ja, gute Frage. Warum liegt das? Also Artsterien zum Beispiel. Du hast ja auch bei In aller Freundschaft mitgespielt. Du und dein Mann, ihr hattet da Streit, ihr habt euch irgendwie geprüftet und alles. Ach ja, 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 stimmt. Ja, ja, gut, das war dann wiederum eigentlich wieder so, da waren wir ja so ein bisschen, das war so eine Buffo-Rollen waren das, so lustige Figuren, Ehekrach zwischen Männern mit gebrochenen Nasen. Das war ganz lustig, aber ansonsten, also, hey. Ich bin gar kein Krimi-Fan. Ehrlich gesagt, an den Tatorten interessieren mich auch immer die Figuren eigentlich. Wer es am Ende war, ist mir relativ, das ist für mich nicht so, weiß ich, also. Und kam mal einer zu dir und hat gesagt, du bist mein Lieblingsschauspieler? Ich hatte neulich einen schönen Kommentar auf Instagram, die Serie war Mist, aber sie waren gut. In Bezug auf? In Bezug auf die Welle, die jetzt gerade auf Netflix erschienen ist. Aber es gab natürlich auch andere sehr, sehr positive Reaktionen darauf, glücklicherweise. Das ist ja eine Serie, die sehr am aktuellen Themen orientiert ist. Sehr. Also allein die ersten fünf Minuten, da muss man ja schon überlegen, das ist ja so gut gemacht, sieht so gut aus. Ist das gerade ein echtes Ding, was ich sehe? Da hat uns auch die Geschichte ein bisschen eingeholt. Das zeichnete sich ab, während wir das gedreht haben, aber dass das dann noch, ja, dass wir dann so nah an den aktuellen Geschehnissen sind, zur Zeit der Veröffentlichung, das hätten wir auch nicht gedacht, glaube ich. Wer jetzt denkt, wir sind die Welle, ist die Welle, das stimmt nicht. Das ist was anderes. Nein, das ist nur sehr lose inspiriert sozusagen von dem ursprünglichen Buch und auch Film, die Welle. Hier geht es eigentlich um eine Gruppe von Jugendlichen, die so eine Art Mini-Extinction-Rebellion-Geschichte, Fridays for Future, mit ein bisschen mehr handfesteren Aktionen, in so einer Kleinstadt unternehmen. Und die sich gegen Umweltzerstörung, für Tierwohl, gegen Rechts und so weiter engagieren wollen und während des Fortschreitens der Serie sich überlegen müssen, welcher Zweck heiligt denn welche Mittel. Ja, wie weit wollen wir gehen für das, was wir vorhaben? Und da geht es auch um die Dynamik in der Gruppe, untereinander und so weiter. Und dann kommen sie natürlich auch mit dem Gesetz in Konflikt, mal mehr, mal weniger. Und dann trete ich auf den Plan als der Bulle, der böse Bulle, der Bad Lieutenant sozusagen, der sie dann zur Rechenschaft ziehen will und so weiter und so fort. Und das empfehle ich euch auf Netflix. Auf jeden Fall. Und wird es denn da eine Fortsetzung geben? Kann man schon was sagen? Mungelt man was? Gibt es überhaupt die Möglichkeit? Die Möglichkeit gibt es, denke ich, fast immer. Und ja, jetzt wollen wir mal sehen, wie es angenommen wird, ob es gefällt. Ich hoffe doch. Ich bin da sehr, sehr gute Dinge. Robert, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Dabei wünsche ich dir gleich ganz viel Spaß. Für euch gilt, ihr werdet eine fantastische Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, bald ist Weihnachten. Lasst euch gut gehen. Denkt auch ein bisschen an die anderen. Vielleicht wollt ihr was spenden. Es geht ja nicht immer nur um uns. Vertragt euch. Seid nett zueinander. Falls irgendwo eine Wahl ist, überlegt euch gut, was ihr wählt. Gegen Hass. Gegen Extreme. Und geht anständig miteinander um. человека rein. Tartal. Richter.